Das hier, wie der Jack diese Szene, also wie er dann mitgemacht hat, wo die Mutter dann nackt in die Küche kam, nachdem sie es da mit ihrem Lava da, also es weggekappt hat. Ganz cool. War ich auch überrascht. Ich habe ihn darauf vorbereitet, habe gesagt, du kommst dann nackt und so. Und war ihm ein bisschen peinlich, glaube ich, drüber zu reden und das zu machen, ging eigentlich. Ich glaube, er hat vermieden, sie groß anzugucken. Ja, ein bisschen weggeguckt, aber eigentlich war er ganz cool. Komm mal Freitag nochmal und fragt ihn das auch nochmal. Wissen wir vielleicht nochmal. Oder das können wir ihn ja fragen. Das ist ein guter Tipp, dass wir das vorabsetzen hier. Und ja. 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 Ja.